Hallo, du wundervolle Seele! Heute mit einem meiner wichtigsten Videos, die zwölf karmischen Gesetze. Und wenn du diese Dinge, die ich dir heute erklären werde, beachtest, wird sich dein Leben auf jeden Fall dramatisch ins Positive verändern. Und warum das so ist, erkläre ich dir im Einzelnen natürlich, wenn wir darauf eingehen. Diese zwölf Gesetze wirken sich darauf aus, wenn du mehr Erfüllung im Leben haben willst, wenn du deine Berufung leben willst, wenn du vielleicht auch eine Beziehung auf Augenhöhe führen willst, wenn du überhaupt Glück in deinem Leben erfahren möchtest, so leicht wie noch nie vorher dieses Lebensgefühl haben möchtest und im Leben integrieren willst. Das ist alles möglich, wenn du diese Dinge berücksichtigst. Und ich gebe dir hier auch noch Tipps, wie du es schaffst, mit wenig Aufwand das Ganze im Alltag zu integrieren mit erstaunlichen Ergebnissen. Und diese Prinzipien unterrichte ich selbstverständlich auch in meiner Ausbildung zu einem energetischen Heiler auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch in meiner schamanischen Begleitung, wo Menschen zu mir kommen, die oft eine Neuorientierung brauchen, oft vielleicht sogar in einer Sackgasse stecken und dann eben Stück für Stück eine Anleitung brauchen, um da eben rauszukommen. Ja, fangen wir doch mal mit dem Begriff Karma an. Viele Menschen glauben oberflächlich, das heißt Karma bedeutet, wenn ich in einem anderen Leben, vielleicht im vorherigen Leben, etwas Schlechtes gemacht habe und dann quasi wiedergeboren werde, dann habe ich quasi ein schlechtes Karma und dadurch dann ein schlechtes Leben, denn dann habe ich mir natürlich eine Suppe oder was eingebrockt, die Suppe, die ich dann wieder auslöffeln muss. So ganz vereinfacht ausgedrückt glauben viele Menschen, dass Karma ist. Karma bedeutet aber viel mehr als nur dieses oberflächlich Beleuchtete. Darauf gehe ich jetzt hier im Einzelnen ein. Und ganz wichtig, dieses Video kannst du dir ruhig auch öfters anschauen, denn da steckt so viel drin, dass ich mir selber auch öfters mal erzählen könnte sozusagen. Denn je nachdem, auf welchem Entwicklungsstand du stehst, ist mal das eine Gesetz für dich wichtiger und dann mal wieder das andere. Das ist keine Hierarchie, dass du glaubst, ja, jetzt habe ich das eine Gesetz verstanden, jetzt muss ich das andere machen, sondern das ist immer ein Wandel, ein Wandel, ein Wandel, je nachdem, in welcher Lebensphase du dich befindest. Ja, und am Ende dieses Videos möchte ich dir natürlich erzählen, was für mich das wichtigste Gesetz war, um quasi mein Leben komplett zu verändern oder eben den meisten Impact bewirkt hat, um wirklich auf der Spur zu, zur Veränderung eben, zu meinem jetzigen Leben eben mich zu verändern. Fangen wir mit dem ersten Gesetz von Ursache und Wirkung an. Ganz vereinfacht ausgedrückt kannst du sagen, ähnlich wie ein Echo, wie du in den Wald hineinschreist, so halt es wieder zurück. Beziehungsweise gibt es das Gleichnis der tausend Spiegel, wo ein Hund vor tausend Spiegel, vor dem Raum der tausend Spiegel ist. Es gibt einen ersten Hund, der eben aggressiv auf diese Spiegelbilder reagiert. Das steigert sich immer mehr und mehr, bis er dann irgendwann stirbt, weil er eben vor lauter Aufregung quasi das Ganze nicht mehr aushält. Das zweite ist, der andere Hund ist ein freundlicher Hund. Er quasi betritt auch den Raum der Spiegel und dann plötzlich freuen sich alle anderen Hunde mit ihm und der ist immer glücklicher und glücklicher und glücklicher und er kann sich gar nicht mehr beruhigen, so glücklich ist er. Und genau so ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt also, je nachdem, wie du dich verhältst, genau das bekommst du auch wieder zurück. Das heißt, der konkrete Tipp, den ich dir jetzt hier geben kann, behandle andere so, wie du gerne behandelt werden willst. Oder mach es dir zur Aufgabe, einmal am Tag einem Menschen eine Freude zu schenken, von dem du nichts erwartest. Und das zweite Gesetz ist das Gesetz der Anerkennung und damit verbunden auch Dankbarkeit. Viele Menschen wollen immer haben mehr Geld, mehr Freizeit, mehr von diesem, mehr von jenem, mehr Erfüllung, aber sie sind überhaupt nicht dazu bereit, sich mal genau das anzuschauen, was sie schon haben. Das heißt, unsere Anerkennung von dem Leben, was im Jetzt ist. Das heißt, wenn wir unseren Fokus wieder darauf richten, was wir schon haben und dafür auch dankbar sind, dann tauchen wir ein in den Bewusstseinszustand, aus dem Mangel heraus, in die Dankbarkeit. Dann laden wir das Universum der Fülle ein, mit in unser Leben zu kommen und durch uns durchzufließen. Und da gebe ich dir einen konkreten Tipp. Stell dir vor, ähnlich wie die Mönche sich einfach vorstellen, das, was du momentan in deinem Leben geschenkt bekommen hast, deinen Körper, deine Hab und Gut, je nachdem, was du besitzt, das müssen wir irgendwann wieder abgeben. An einem Punkt kannst du vielleicht nicht mehr sehen, kannst du nicht mehr laufen, du musst vielleicht gehen und du musst den Besitz auch irgendwann loslassen. Also sei jetzt dafür dankbar, dass du es jetzt in diesem Moment hast. Und diese Übung, wenn du jeden Tag machst, das bringt dir so viel inneren Frieden. Ja, dann kommen wir zum dritten Gesetz, das Gesetz der Verantwortung. Das heißt, dass du für alles in deinem Leben lernst, die Verantwortung zu übernehmen. Und ich vergleiche das mal so ähnlich wie bei unbewussten Menschen ist es oft so, dass sie ähnlich wie in einem Auto sitzen, auf dem Beifahrersitz und auf dem Fahrersitz sitzt irgendjemand daneben, von dem du glaubst, dass das Leben ist, dein Schicksal ist, was auch immer das ist, ist. Und du bist dem ausgeliefert und sitzt einfach nur daneben und schaust zu. Und das Gesetz der Verantwortung heißt, dass du jetzt endlich aus deinem Beifahrersitz aufstehst und auf den Fahrersitz rübersteigst und selbst das Steuer in die Hand nimmst. Selbst dein Steuer für dein Leben in die Hand nimmst. Und übertragen heißt es jetzt für dich, dass du für alles, was um dich herum passiert, komplett die Verantwortung übernimmst. Du bist Steuer deines eigenen Lebens. Du übernimmst für alles die Verantwortung. Und wenn du diese innere Haltung hast, egal was im Außen passiert, das heißt, wenn dir jemand was Schlechtes will, wenn du auch mit guten Leuten umgeben bist, wenn dir eine schlechte Situation passiert ist und so weiter, dass du hier weißt, was habe ich getan, das ist die Verantwortung, wenn du übernimmst, um diese Situation anzuziehen. Was habe ich getan, dass es mir passiert ist? Mein konkreter Tipp heißt immer, dass du dir die richtigen Fragen stellst, nicht in den Opfermodus fällst, warum mir sowas passiert ist, sondern einfach dich fragst, was kann ich tun, um diese Situation zu verändern? Wie kann ich eben diese Situation aktiv besser gestalten? Und dann nimmst du wieder selbst das Steuer in die Hand. Das ist auch das Bild, das ich dir mitgeben kann, ob du jetzt Beifahrer bist oder ob du das Steuer selbst in die Hand nimmst. Und dann kommen wir zum nächsten Gesetz. Du bist Erschaffer deiner Welt. Du bist Schöpfer. Das heißt, alles, was dich umgibt, hast du erschaffen. Ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst ist, das ist die Frage. Und wenn du Dinge unbewusst in deinem Leben erschaffen hast, gilt es eben da, tiefer reinzuschauen. Das ist das, was dir dein Leben immer zeigen will, unterrichten will. Das heißt, wenn dir schwierige Situationen oder schwierige Personen in deinem Leben eben auftauchen, dann ist es in deiner Resonanz. Das heißt, das hast du erzeugt. Das bedeutet jetzt natürlich nicht bewusst, sondern dass du da mal reinschaust, warum hast du denn diese Menschen oder Situationen erzeugt. Und das ist oft ein Mangelgefühl, ein geringes Selbstwertgefühl, nicht geliebt zu sein oder, 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 was in dir steckt und unbewusst unten drunter eben im Außen, das auch immer wieder neu erschafft, damit du diese Lektion lernst. Und je mehr du quasi deine Resonanz lernst zu verändern, deine Themen in dir auflöst, umso mehr wirst du bewusst erschaffen. Das heißt, dass du ganz bewusst deine Realität erschaffst und nicht mehr nur unbewusst. Und je mehr und mehr du dich damit befasst, umso bewusster wirst du deine Welt mit erschaffen und umso mehr Fülle kommt in dein Leben. Ganz konkreter Tipp, sei stolz auf das, was du in deinem Leben bisher erschaffen hast, denn es ist nicht für selbstverständlich, auch wenn du es selber immer dir versuchst einzureden, sondern lerne darauf auch stolz zu sein. Oder wenn du ein anderes Leben erschaffen willst, dass du dich darauf immer mehr und mehr konzentrierst, also hier auch in den Schöpfermodus umsteigst. Und das nächste Gesetz ist das Gesetz des Wachstums. Das Universum dehnt sich unentwegt aus, ist ständig am Expandieren, am Wachsen. Und genau so ist auch unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein will sich immer weiter ausdehnen, will wachsen, will diese Welt erfahren, will sich selbst ausdrücken, in sich selbst sozusagen. Und genau so ist es auch mit uns. Das heißt, unser Leben ist so ähnlich, dass wir wieder von unserem Bewusstsein werden wie ein Kind. Ein Kind, das ständig neue Aufgaben in ihrem Leben bewältigt und immer mehr und mehr dazulernen will. Und dann kommt das Gefühl auch, dass der Tag reich ist. Dann kommt das Gefühl, ich bin total lebendig. Ich bin glücklich, weil ich viel dazulerne, weil ich ständig wachse. Und die Welt steht mir immer mehr und mehr offen. Irgendwann werde ich dieses und jenes erreichen, weil ich ständig am Wachsen bin, am Expandieren bin. Und genau das ist das, was viele Menschen eben nicht mehr haben oder zu wenig haben, dass der Wachstumsprozess entweder gestockt wird oder unterbrochen wird. Und dann kommt oft eben eine Depression oder einfach ein Unglücklichsein, ohne zu wissen, woher es kommt. Und deswegen ist jetzt hier die konkrete Aufgabe für dich. Schaffe dir Perspektiven, wo du dich hin entwickeln kannst, wo du dich hin wachsen kannst. Und sei einfach auch mit dir geduldig, denn Rückschläge beim Wachstum sind völlig normal. Selbstzweifel beim Wachstum ist auch völlig normal, bis du diese Fähigkeiten neu erlernt hast. Also hab hier auch Geduld mit dir selbst. Und das nächste Gesetz ist das Gesetz der Synchronicität oder der universellen Verbindung. Wir alle sind mit allem gleichzeitig verbunden. Und alles hat direkt eine Auswirkung auf das andere und umgekehrt. Also es ist wie in einem gigantischen Schachspiel, das quasi ineinander verwoben ist. Und wenn du den eine Aktion machst, dann hat es direkte Auswirkungen auf das andere, sodass du einfach von deinem Verstand, von deinem Kopf her es eigentlich gar nicht begreifen kannst. So komplex ist dieses System. Und jede Entscheidung, die du triffst und jede Handlung, die du ausführst, hat natürlich entweder positive Auswirkungen auf dein Leben oder eben negative Auswirkungen auf dein Leben. Und deswegen möchte ich dich hier einladen, ich sage immer, in den Raum der Möglichkeiten zu gehen, damit du hier lernst, ein Feld voller neuer Möglichkeiten in dein Leben zu ziehen. Und das Universum, oder wie man es auch immer bezeichnen will, ist in direkter Synchronicität mit uns selbst. Das bedeutet jetzt, alles, was uns im Außen begegnet, haben wir selbst kreiert und kreieren wir gleichzeitig immer in dieser Wechselwirkung. Und dieses Gesetz kann der Verstand gar nicht richtig begreifen, weil es eben so komplex ist. Aber um dir jetzt einen konkreten Tipp zu geben, ist es wichtig, worauf du dich ausrichtest. Das heißt, je nachdem, worauf du dich ausrichtest, in dem Fall Energie folgt der Aufmerksamkeit, wird sich dein Leben in der Synchronicität auch weiterhin entwickeln. Das heißt, die Dinge werden auch mehr auf dich zukommen. Das heißt, das Universum antwortet auf deine Ausrichtung, würde ich es vielleicht so beschreiben. Und das führt mich jetzt zum nächsten Gesetz, das Gesetz von hier und jetzt. Oder the power of now, die Power des hier und jetzt. Das heißt, du kannst in diesem Moment, wenn du einfach von deinem Geist und von deiner Ausrichtung in dem jetzigen Augenblick komplett hier bist, mit allem Bewusstsein, kannst du dein Leben sofort verändern. Aber viele Menschen hängen ihrer Vergangenheit hinterher. Alles, was sie in der Vergangenheit erfahren haben, was sie von sich selbst gedacht haben, spielt heute immer noch eine Rolle. Ob ich sage, ich bin jetzt weniger wert, es hat mich keiner leiden können in der Schule, ich bin ein Außenseiter, aus mir wird sowieso nichts. Und diese ganzen Gedankenspiralen, diese ganzen Glaubenssätze spielen aus der Vergangenheit heute immer noch die gleiche Rolle wie damals. Und deswegen sind viele überhaupt nicht in der Lage, ihr hier und jetzt zu verändern. Das heißt, die Reflexion aus der Vergangenheit projiziert sich immer weiter auf die Zukunft und dein Leben wird immer gleich bleiben, nur mit unterschiedlichen Schauspielern. Aber die gleiche Energie bleibt dein Leben lang gleich. Und jetzt gilt es, deine Vergangenheit einfach loszulassen, die schwere Energie aus der Vergangenheit loszulassen, um dich mehr nach vorne zu orientieren, wo du hin willst. Das heißt, dich auf was auszurichten, wo du vielleicht noch niemals vorher warst. Das heißt, es ist ähnlich wie beim Autofahren. Wenn du Auto fährst und aus der Vergangenheit Themen hochkommen, ist es so ähnlich wie wenn du ständig in den Rückspiegel schaust und immer schaust, was hinter dir ist und der Rückspiegel projiziert sich gleichzeitig nach vorne und dann hast du immer das Gleiche im Hier und Jetzt. Ja und an der Stelle möchte ich jetzt nicht überhastet einfach zum nächsten Punkt gehen, denn es ist nicht immer so leicht, dass man sagt, ich denke einfach nicht mal an meine Vergangenheit und lasse das alles los, sondern wenn du das Gefühl hast, diese Blockaden, die hindern dich, ich sage auch immer gerne, schwere Energien dazu, hindern dich, die sind ja auch oft im Zellgedächtnis deines Körpers. Was auch immer du da erlebt hast, ist oft nicht so leicht, einfach mal loszulassen. Deswegen, wenn du hier konkret Hilfe brauchst, professionelle Hilfe, dann klickt oben einfach auf den Link und wir sprechen über dein Thema, um zu sehen, ob und wie wir dir helfen können. Konkreter Tipp für dich heißt, lass die Vergangenheit ruhen. Du kannst sein, wer du immer sein willst. Du kannst jetzt instant dein neues Ich bestimmen, egal wer dir irgendwas einreden will. Du kannst es eigentlich loslassen. Wie schon gesagt, wenn du dazu Hilfe brauchst, falls sich was blockiert, dann melde dich einfach. Und das nächste Gesetz ist das Gesetz von Geben oder ich sage auch immer gerne Einie. Also im Schamanischen heißt es Einie. Das ist das Gesetz von Geben und Nehmen. Und wir in unserer westlichen Kultur wollen ja immer haben und haben und haben. Und haben ja gelernt, ja, wenn ich das haben will, dann muss ich hier ein bisschen was dafür geben. Aber ich versuche natürlich so wenig wie möglich zu geben. Und genau jetzt geht es hier umgekehrt. Je mehr du gibst, umso mehr wirst du bekommen. Das ist das Gesetz. Das heißt, dass du dir vorstellst, dass das Gesetz des Geben und Nehmens aber nicht auf einen geringen Zeitraum begrenzt ist, sondern natürlich auf Zeitepochen, kann sogar auch manchmal zehn Jahre Zyklen beinhalten. Das heißt, du wirst auch diese Sachen, wenn du dann jemandem was gibst, natürlich auch nicht unbedingt immer auf dem gleichen Wege zurückbekommen. Das heißt also hier, lass das Universum mal für dich arbeiten und schau mal, in welcher Art und Weise dann auch Fülle auf dich zurückfließt, je mehr du auch bereit bist zu geben. Und hier möchte ich dir ein afrikanisches Sprichwort mitgeben. Das Glück, das man teilt, vermehrt sich automatisch. Das heißt, das Gesetz des Gebens würde auch bedeuten, wenn du anderen Menschen etwas gibst, ohne etwas zu erwarten, ohne Gegenleistung, völlig unerwartet, dann wird es ihren Tag erhellen. Das heißt, sie glauben wieder an das Gute, sie glauben wieder daran, dass es gute Menschen gibt und dass die Welt sich etwas verändern kann in die richtige Richtung. Das heißt, das Geben ist hier auf unterschiedlichen Ebenen gemeint. Je mehr du gibst in die Welt, umso mehr wird zurückfließen. Und das nächste Gesetz ist das Gesetz der Einstellung. Das heißt, je nachdem, welche Einstellung oder welches Mindset ich auch mit reinbringe, umso mehr wird es auch Auswirkungen haben auf die Ergebnisse. Das bedeutet jetzt ganz konkret, ist ja auch das schon gemacht worden, bei Lehrern mit zwei Gruppen, ihnen ist beigebracht worden, ja die eine Gruppe, das ist ein Test gewesen von Schülern, sind hochbegabt, die anderen sind normal. Und die sollen ja eben versuchen, das Klassenziel eben zu erreichen. Und dann waren das aber völlig normale, also beide waren komplett normal. Und durch die Erwartung, durch die Einstellung, dass der Lehrer hatte, dass die hochbegabt sind, hat er eben quasi die Erwartung auch an die Schüler hochgeschraubt. Und die sind dann deutlich, deutlich besser geworden, wie jetzt die, in Anführungszeichen, normale Gruppe. Und genau diese Einstellung, die ist auch bei uns selbst vorhanden. Das heißt, mit welcher inneren Einstellung du etwas tust, oder auch über etwas denkst, oder auch die Einstellung zur Welt gegenüber, das spielt alles eine Rolle, welche Auswirkungen und welche Ergebnisse du erzielen willst. Und reflektiere dann einfach darüber, ob du mit dieser Einstellung zu dem Ergebnis kommen möchtest, wo du gerne hin willst. Und wenn du wirklich ehrlich zu dir selber sagen kannst, Mensch, wow, mit dieser inneren Einstellung, ich bin völlig überzeugt von mir, dass ich das schaffe, und das ist richtig cool, dann hast du natürlich die richtige Einstellung dazu. Aber wie oft ist es so, dass wir unbewusst schon selber uns die Frage stellen, oder einfach selber schon klein machen, ja, das macht sowieso keinen Sinn, aber so und so, wir machen uns oft kleiner, wie es eigentlich ist. Und darüber jetzt nachzudenken, dass du dich eben nicht mehr kleiner machst, wie du eigentlich bist. Das ist meine konkrete Aufgabenstellung an dich damit. Und dann kommen wir zum nächsten Gesetz, das Gesetz der Veränderung. Die Veränderung ist unser unentwegter Begleiter. Das heißt, ich mag diesen Spruch, das einzig Beständige ist der Wandel. Und mit diesem Spruch heißt, dass uns das Leben etwas zeigen will. Das bedeutet jetzt, das Gesetz der Veränderung will uns oft eine Aufgabe zeigen, die wir zu lernen haben, bis wir uns verändern können. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in Partnerschaften oder in Jobs stecken bleiben, als Beispiel, ob ich ständig gemobbt werde, ich wechsle den Arbeitsplatz und kriege wieder einen Mobbing-Arbeitsplatz, oder ich bin in einer Partnerschaft, die toxisch ist, oder auch ich werde vielleicht sogar misshandelt, und bin in der nächsten Partnerschaft, passiert mir genau das Gleiche wieder, heißt es, dass mir das Leben zeigen will, dass ich unten drunter mein Thema, das mich noch quasi belastet, das ich noch nicht aufgelöst habe, dass ich mich darum kümmern muss. Das heißt, unten drunter, wie ich es schon vorhin einmal erzählt habe, steckt noch der alte Schmerz oder diese alte Verletzung, und das gilt es eben aufzulösen. Die Seele will dir sagen, okay, das wäre jetzt Zeit, sich da mal damit zu befassen, und Dinge anders zu tun, als du es bisher gemacht hast, weil sonst, hast du ja gerade gesehen, hast du immer noch das gleiche Leben. Und jetzt bereit zu sein, Dinge anders zu machen, um das zu lösen. Wir stecken dann oft in Routinen fest, die uns das Leben eigentlich erleichtern, aber in dem Fall haben wir immer mehr und mehr das Gefühl, dass es unser Gefängnis wird, dass wir das Gefühl haben, wir kommen hier nicht mehr raus. Deswegen mein konkreter Tipp an dich, dass du jetzt mal darüber reflektierst, was du anders machen kannst, was du vielleicht noch nie vorher gemacht hast, um eben das zu lösen, oder um dich jetzt zu verändern, um quasi raus aus dieser alten Box zu kommen. Und das nächste Gesetz ist das Gesetz der Geduld. Das heißt, alles braucht seine Zeit, und wenn du Zeit, Energie investierst in eine Veränderung, dann kommt natürlich auch irgendwann was zurück, und es wird sich auch potenzieren. Das heißt, manchmal ist es auch so, dass wenn du lange genug eine Sache machst, es dauert immer in der Regel so circa sieben Jahre, sieben Jahre, bis man zu einer gewissen Meisterschaft in einen Bereich kommt, sieben Jahre, bis der Körper sich komplett, jede Zelle sich komplett neu reproduziert, sozusagen, das machen wir sowieso schon immer, aber wenn wir diesen Zyklus mit einbeziehen, in unsere Geduld sozusagen, dann werden wir auch in der Lage sein, unser Leben komplett wirklich so zu verändern, wie du es dir momentan kaum vorstellen kannst, frei nach dem Satz. Viele Menschen überschätzen sich, was sie in einem Jahr erreichen, aber unterschätzen sich, was sie in zehn Jahren erreichen können. Und damit möchte ich dir sagen, dass du einfach Geduld mit dir selber haben kannst, alles braucht seine Zeit, und wenn du deine Ausrichtung hast, wirst du automatisch ankommen. Ja, und das nächste Gesetz ist das Gesetz der Bedeutung. Das heißt ganz konkret, ich möchte ein Zitat nehmen, und zwar, der Sinn des Lebens ist es, dem Leben eine Bedeutung zu geben. Das heißt nicht darauf zu warten, bis es dir jemanden gibt, sondern aktiv dir selbst eine Bedeutung zu erschaffen. Ja, leider ist es eben so, dass viele Menschen eben von sich selber glauben, sie sind wenig wert, das macht sowieso keinen Sinn, was will ich denn da ausrichten, dass sie sich da oft kleiner machen, wie sie eigentlich sind. Aber spirituell gesehen ist jedes Leben ein besonderes, wertvolles Leben, das du jetzt geschafft hast, hier zu inkarnieren, genau zu dieser Zeit, genau zu dieser Zeit der Wandlung, der Transformation. Bist du einer der Außerwelten, die hier diesen Körper bewohnen dürfen, bist du einer der Außerwelten, der hier auf der Erde verweilen darf. Und deswegen darfst du auch andere ermutigen, andere inspirieren, ihr Feuer, ihr Seelenfeuer wieder zu entfachen, ihr Leben quasi mitzugestalten als Schöpfer, dass du hilfst, andere Menschen zu ermutigen, auch wenn sie es vielleicht vergessen haben. Und genau das ist eben wichtig, dass du hier ein Leuchtturm für andere bist, um die Fackel, die in dir brennt, eben weiterzugeben, das Licht wieder in anderen zu entzünden. Das ist absolut wichtig, damit wir hier zusammen eine wunderbare neue Welt kreieren, damit wir hier zusammen als sogenannte Seelenfamilie die neue Welt kreieren und das Feuer in jedem wieder entzünden. Und das ist das, was ich konkret jetzt für jeden hier auch nochmal mitgeben will. Das heißt, du kannst anderen Menschen helfen, wieder positive Gedanken zu haben, du kannst anderen Menschen helfen, wieder an das Gute in der Welt zu glauben, du kannst anderen Menschen auch helfen, vielleicht auch sogar als Vorbild zu dienen mit dem, was du tust, dass du einfach Menschen hilfst. Mensch, wenn ich dich sehe, ist es bei mir immer, wie wenn die Sonne aufgeht, als Beispiel nochmal. Das gibt ganz vielen Menschen wieder Mut, auch auf dem Weg zu sein und das Gefühl zu haben, sie sind nicht alleine, sie können ihr Licht wieder entzünden. Ja, das waren die zwölf Gesetze und bevor ich dir jetzt mein Gesetz erzähle, das mir für mich am meisten Impact hatte, möchte ich dir ja hier nochmal sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte teile dieses Video, schau dir dieses Video auch noch ein paar Mal an, denn es macht was mit dir, es verändert dich und wende das wirklich an und schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dein Leben verändert hat. Konkret jetzt für mich hat das Gesetz der Verantwortung am meisten Impact in meinem Leben eben überhaupt gehabt, weil es hat mich überhaupt dazu gebracht, mein Leben zu verändern, es hat mich überhaupt dazu gebracht, darüber nachzudenken, aus dem Opfermodus rauszugehen und alles selber in die Hand zu nehmen und dann natürlich auch mehr zu geben, als ich überhaupt am Anfang immer haben wollte, denn am Anfang wollte ich immer haben, haben, haben und allein das Gesetz der Verantwortung und mehr zu geben als am Anfang, dann kamen immer mehr und mehr die Früchte dessen, was ich auch gelebt habe und das war für mich ein riesen, riesen Game Changer. Ja, vielen Dank, dass du bis zum Schluss dabei warst, bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal.